Okay, so, wir sollen Danny ablenken, um zu gucken, was hinter dieser Tür ist. Ja, kein Problem. Kein Problem. Riechen wir nochmal kurz mit Kenny. Okay. Okay, dann rede ich noch vorher mit den Kids. No, not really. Hm, es ist so funny in hier. Like shit, right, Lee? Hey, don't use swear words, okay? Okay. How do you like that cow, Clem? She's pretty. Here, Clementine. My hat! You found it! Hm, ich hab den Hut wiedergefunden. I knew you'd find it. You said you would. Listen, did you give your hat to anyone? No. Did you see any strangers around the motor end who might have taken it? No. Why? It's probably nothing. Just let me know if you ever see anything like that. Okay, I will. Hey, Lee. Andy, do you think you'll ever have kids? Hm? I'd like to someday. Maybe a little girl like you. That's nice. You'd be a good daddy. Well, thanks for finding my hat. You're welcome, Clem. Do you want to pet the cow with me? Nah, but you go on here. So, Andy, come here. Hey there, Andy. Yeah? You got a screwdriver? For what? Uh, never mind. Danny mentioned he needed something. Did he say what? Shit, I can't remember now. Sorry. Alright, alright. Be right back, Doc. Scheiße, ich hab mich draußen umschauen sollen. Ich hab mich draußen umschauen sollen. Jo, kein Blödem, kein Blödem. Ich geh mal nach draußen. Oh, ho, 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 ho. So, how does a woman like yourself run this whole place? Oh, I managed just fine. Plus I had my boys to help out. I couldn't do it without them. Und am Flirten, der gute Boy. So, gibt es hier irgendwas, wofür ich einen Schraubenzieher brauchen könnte? Kann ich mit dir noch mal reden? Was ist passiert, Lee? Was ist passiert? Was ist passiert, Lee? Kenny denkt, sie schützt etwas. Ich bin nicht sicher, was genau. Aber wir haben ein Gefühl, über diesen Ort. Ich weiß nicht. Vielleicht sollten wir gehen und sie schauen in die Bar. Whatever du machst, einfach bemerkst. Nach dem Kenny gesagt, ich glaube, sie versuchen etwas zu schützen. Sie zwei fragen, um Probleme zu schützen. Aber wenn du überwinden willst, würde ich vorsichtig sein, Lee. Ich werde alles ausprobieren. Schau dich, Lee. Ja... Jetzt ist halt nur die Frage, für was könnte man einen Schraubenzieher holen? Oder liegt da vielleicht einer in Werkzeugkassen? Ja... Ne, aber seht mal an. Mein Multitool... Kann ich den ausschalten? Kann ich den ich? Ich hab... Das ist der Schraubend. Im Moment wird immer einen Stärken und errichtend sein. Das ist nicht, wenn du siehst. Ok, ok, ok. Gehen wir noch mal kurz mit die Kearney. Aber, kommt dann wieder zurück. Ok, irgendwas am Generator. Aber was? I'm glad Andy knows how to fix this if something goes wrong. I'm clueless about this stuff. Guess I'm gonna need a screwdriver for this. There you go. Ow, dammit! The thing is moving fast. Looks like that belt strap of the, uh, whatchamacallit, uh... That thing is on too tight for my bare hands. Hey, don't you do it. Fuckin' Danny, where do you find this piece of shit? Ow, fuckin' thing threw a belt. Dammit, doll. Ah, son of a fuck. Oh, this will take forever. Das ist doof gelaufen, natürlich. Herrlich. Die kann nur so ein Kallriemen auf einmal durchreißen. Ei, ei, ei. Das ist halt sehr ärgerlich. Bin ich herrlich? So, dann wollen wir mal schauen, was die Johnsons zum Verstecken haben, oder auch nicht. Mach ich. Mach ich kein Problem. Dann wollen wir mal reinschauen, was da zu verbergen ist. Ach, du Scheiße. Ich trau dir nicht. Ich glaub, dass das... Dass die dort einen Menschen verarbeitet haben. Ich glaub, dass da Kabelismus stattfindet. Klar. Klar, mach ich. Mach ich, mach ich. Aber, ja. Ich werd das jetzt noch kurz in einer kurzen Folge machen. Ich werd jetzt schon mich verabschieden. Und dann gucken wir, wie es Marker geht in der nächsten Folge.